PSN-Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. N-A-G-K-P-A Für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf NoHandGaming. Und heute ist es Squad Builder Battle Time um Sydney, the Mainman, aktuell Wiesbaden, aber auch noch mit einer Hertha-Karte in FIFA, Friede mit TZ. Die Schubelch. Kurze Frage, darfst du überhaupt noch Spieler spielen, die von Hertha gucken? Offiziell nicht, nein. Offiziell nicht. Ich bin Rebell, ich habe nicht mehr viele Tage zu leben. Coronavirus ist bei mir immer noch on top. Patient 0 hat nur überlebt durch den Support und die Liebe seiner Fans. Ich liebe meine Fans. Filmst du mich gerade? Hast du Feuer zum Anmachen für ein bisschen jetzt hier emotionale Stimmen hier zu machen? Bitte, Freunde, es ist mal eine schöne Zeit mit euch. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber ich genieße jede Sekunde mit euch. Man muss ja auch sagen, du hast gesagt, ey, ich weiß mal, wie lange ich noch überleben kann, aber ich will meiner Community noch eine geile SBB mit den geilsten YouTubern aufnehmen und das euch nochmal bieten und deswegen hast du uns rangeholt. Oder so war es. So war es. Wortlaut. Ja, Brozki und TZ haben leider abgesagt. Die konnten zeitlich nicht. Die machen einen Dual-Stream heute Abend, deswegen sind an die Teasys hier gelandet. Aber das ist auch okay. Und Sydney Friede ist ein Top, ein Top, ein Top-Spieler mit Plus-10-Attribute. Was haben die gesagt? Du hast gesagt, Brozki und TZ machen heute Abend einen Dual-Stream, deswegen sind wir hier mit Teasys. Also, also. Ja, gut. Wir machen heute das Gobbler-Battle um Sydney Friede. Brozki und Steady ist in die Kraftkammer. Ein Likechen da, Freunde. Schaffen wir heute 15.637. Digga, das ist ein Letztes. Für Sydney Friede. Für das letzte Video brauchen wir hier 24.999. Und die Leute sollen auch ganz ehrlich, Benji hat auch einen extra Spendelink unter seinem Video eingerichtet, auch für die Bestattung und sowas. Die ist nicht günstig. Die ist nicht günstig. Jetzt geht es unter die Gürtellinie, Digga. Jetzt wird es wirklich eklig, Digga. Ich entschuldige mich hier offiziell. Alle, Hashtag Simon unter der Gürtellinie. Schreibt mir rein in die Kommentare und dann legen wir los. Let's go. Ich halte rein. Jo, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir fangen vorne im Sturm. Vorne steht Kien. Mois. Wer? Kien. Und links steht... Wer? Kien. Ich meine, wer steht links? Havertes. Ach so. Ich habe Reus und Eoservio. Eoservio. Sehr gut. Eoservio. Ich habe bei Teasys nur einen Schopf. Willst du das iPad halten? Ja, wegen dem Akkustand. Ich habe 4, 2, 3, 1. Und geben linken ZOM. Ja, push it rein, push it rein. Push it in, push it out. Harit. Linkes ZOM. Harit. Armini Harit, Player of the Month. Rechtes ZOM spiele ich... Wer fällt jetzt nochmal bei Bayern aus? Löwer. Ja, und wie heißt der andere Stürmer, Simon? Mann, so geht's. Was für andere Stürmer? Der Mauler oder was? Der Mauler da steht. Der ist aber ZOM, mein Freund. Ich weiß, ich spiele ich auch auf dem ZOM. Ich gebe auch mal rein. Und Marco Reus, wenn ich den spielen darf. Darfst du alle behalten. Wir haben Havates, Olmo und Sancho. Ich wollte erst noch Reus draufschreiben. Habt ihr aufgeschrieben, Schatz? Ja, wir haben aufgeschrieben. Okay, ich halte rein, ja? Okay. Ich starte. So gut, hast du drin. Ich fange rechts im ZDM an. Und da steht eine Ikone. Sie nennt sich Gattuso. Also, wie obvious, wie obvious. Rechts steht Bruno Fernandes. Kennst du Bruno? Und links steht Kimmich. Ich hätte es wissen müssen, Alter. Ich habe vergessen, dass ihr hier keine Teams bauen könnt. Ah, naja. Can, Pirlo und Mares. Ich dachte nicht, dass ihr so offensichtlich mit Gattuso geht. Ist euch eigentlich Pirlo aufgeschrieben. Okay, komm, ich hol. Ja, was heißt Pirlo, Mares und? Und, äh, immer Can. Ah, sehr gut. Perfekt. Mein linker ZDM ist ein Abräumer vor dem Herrn. Okay, ich weiß das jetzt. Wir wollen ihn vorhin spielen. Ich spiele ihn jetzt, Lothar Matthäus. Äh, meine rechte ZDM ist, äh, eine frisch gewechselte Deutsch-Türke Emre Can. Wir haben der gute alte Joshua Chemer und dieses Spanish-Temperament von Diago. Äh, welchen Can du nimmst? Und den von Dortmund? BVB! Okay, außer der Deiniger wäre schon der Schreckt. Let's go, baby boy. Hallo, Banana. Ja. Bic, 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 bic. Ich halte ihn rein. Ich glaube, ich habe euch. Ich glaube, ich habe euch. Ich glaube, du hast ihn so. Wirklich, ja. Links, äh, steht ein Deutscher, er nennt sich Max. Bestramme Max. Und rechts steht... Ich betone dich wieder. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Ich dachte, ihr geht mit dem Schmelle links. Mit dem Schmelle, okay. Und rechts eigentlich, weil Simon das gerne mal so gut ausspricht. One Bissacker. One Bissacker. Sorry, Bruder. Linksverteidiger. Wenn ihr den aufgeschrieben habt, dann mache ich einen Save im Discard, okay? Okay. Renato Sanchez. Shapeshifter. Oder der Spastik-Scheiß. Einmal aufgeschrieben, einmal Discard, bitte. Und ein rechter Verteidiger ist eine Deutsche. Ist keine Nonne. Wohnt aber trotzdem in einem Kloster und heißt Lukas Klostermann. Ich hab's da noch gesagt. Rechts war natürlich viel aller Native. Wir hatten Max und Piszczek. Wir wussten, dass du den Move machst. Gut, eine Baustelle hast du da hinten gelassen. Du weißt, was jetzt für ein Bitch-Move kommt von Tisi Schubech. Safe. Und auf dem werden wir jetzt drauf rumreiten. Wir sehen uns gleich. Geh mal rein. Ich muss mir für das Spiel... Ja, ich muss mir für das Spiel jetzt gleich noch eine extra Ladung-Level-up reinpumpen. Weil das wird auf jeden Fall ein Schwitz, Digga. Ja. Wie findet ihr den neuen Geschmack eigentlich? Saugeil. Linker Innenverteidiger ist Gabriel Paulista. Ja, da bin ich ja mal falsch. Da bin ich ja mal falsch. Kondokpia. Random, ja. Und Rilis. Manolas Koulibaly aus Piner. Ich hab grad Bock auf Spinat, Alter. Ich hab Bock auf Spinat. Jetzt push du dich, komm. Gönn uns was, gönn uns was. Okay. Okay, linker... Okay, also ihr... Ja, ich wollte es mal ein bisschen spannend machen. Einfach in der Verteidigung, weh. Ist das immer das Gleiche mit Absichern, dies, des. Und ich dachte mir, nee, ich hab euch auch so viel leicht an den Eiern. Aber wer weiß, wohin der Wind uns weht, Digga. Wohin der Wind uns weht. Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Rechter Innenverteidiger Salif Sané. Linker Innenverteidiger. Guerrier Shapeshifter. Oh, ihr habt's. Und im Tor ist ein Spieler, der heißt Gummis. Ihr habt's. Ihr habt's. Ich muss das. Ich zieh meinen Hut. Ich zieh meinen Hut. Ich wusste es. Zimau. Zimau. Ich bin hart gebliebe. Er hat auf den Traum bestanden. Es haben hier drei Leute auf ihn eingeredet. Er nimmt niemals Goyer. Er steht auf dem Bord. Frostetauber 3, mein Freund. Und wer steht noch drauf? Terra und Ter Stegen. Weil wir gedacht haben, du machst gleich ein deutsche Move. Trotzdem zieh ich durch. Auf Ehrebruder Basis. Aber das war ein Ehre-Snipe. Der geht ganz, ganz groß. Geht er in deine Tasche, Digga. Alla, ich lade euch ein. Scheiße. Aber ihr spielt schon selbst, oder? Ja. Ich baue halt auch mal interessante Teams zu bauen. Ich versuche ein bisschen Schwung immer in die Bude reinzukriegen. Wenn du mal was abstoßen musst, dann schmerzt es dich nicht. Mauler! So fresse ich euch auf. So fresse ich euch auf. So fresse ich euch auf. Scheiße. Komm, ist der Lever mal weg. Zeigt der Mauler wieder, was er drauf hat. Aber was soll sich das wieder denn da ein? Mach mal easy. Rollt los, die Junge. Malu pumpt gerade wieder den Sack schon schön in den Kopf. Oh, der kann mal einen scheppern. Digga! Ey, wo spielst du hin, Habibu? Ihr müsst ruhiger werden im Strafraum, Jungs. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist dein letztes Mal auf den Leerzettel. Auf den Leerzettel. Digga, er kommt aber auch überall an den Ball. Ich werde mich hier nur... Hier, Goppe! Ich kenne so einen Knipperteidiger raus, mir langt es jetzt. Boah, fuck. Mauler! Extra noch den Haken gemacht. Der Haken, der wäre es gewesen, Alter. Aber der Mauler in der Ladezone, Alter, eben noch kurz. Ah! Dran! Boah, das wäre eine Frustrolle gewesen. Eieieieieieieieiei! Eieieieieieieieieieieiei! Ich schweiß eine halbe Stunde vor, dass der Pass dahinter geht, ne? Und einmal Tisi, einmal Burak und einmal noch! Marlund auffressen! Ganz Stuttgart ist in meiner Hosentasche. Ganz Stuttgart ist in der Level-Up-Tasche drin, Alter. Marlund, kannst du mal kurz übernehmen? So. Der schüttelt nur im Kopf, oder? Ja! Ah! Kunt, kunt mir! Ham! 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 Venus war ein E-Sports. Das schlechteste Engdorf, was ich jemals in ganz FIFA gesehen habe. Das gibt es nicht, Mauler, du bist so ein Opfer! Wir haben aber auch voll am Pace-Berz in der einen Situation. In der einen Situation voll am Pace verloren. Voll lächerlich gewesen. Beleidige Mauler nicht. Ruhig blöd. Ah! Ja! Was? Ja! Was ist denn los? Du kommst in der Hunde, der Kahn! Was ist denn? Ja! Mit dem Ball! War doch verhalten! War ja falsch! Ja klar, schieß doch mit Kreis. Schieß doch mit Kreis! Warum schießt du denn mit Kreis? Ey! Jetzt wollen die mich aber verarschen! Ich hab ganz nach außen! Ich hab ganz nach außen gedrückt! Komm, Kai! Es ist rot! Nein! 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 Was? Ja, geht! Ja! Jesus lebt! Wie spiel ich denn jetzt aus? Komm, Friede! Friede, Freude, Eierkuchen! Mach den! Oh oh! Oh oh! Na vorn! Nein! Oh nee! Hatte der einen Gas, der Tüte! Digga, der schlechteste Spieler ist Bruno Fernandes, Digga! Was macht mein Torwart bitte, dass der da zweimal dich einfach anspielt? Oh, wir haben durchgemisselt! Ja! Wir haben durchgemisselt! Ja! Okay! Und der... Oh, warte! Ich hab nur einen! Oh nein! Ohoah! 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 Von hinne! Ja! Ich hätte gerne... Was habt ihr für eine Formation? 4, 2, 2, 2, 2 Ich nehm den rechten Z-O-M JA! Checkpoint! Friede! Ein Brause war drin! Ein Brause war drin! Ein Brause war drin! Ich dachte, das ist ein rechtes Rechter-Einemanteiniger. Das ist Bruder Vanander, das ist auch eine Friede! Ein Brause-Verteidiger! Oh Gott! Wer war linke ZDM? Wer war linke ZDM? Welchen sollen wir denn in der SPC packen? Weil am Ende heißt doch, wir holen uns die wieder zurück! Auf jeden Fall! Kimmich war das! Schade! Schade! Ich stell dir klar, weil die sind Bruder Vanander drauf, den Hund! War es ein Spiel, Freunde! Danke, dass ihr am Start wart! Wenn es euch gefallen hat bei meinem letzten Video, dann lasst gerne einen Mitleids-Like auf diesem Video auf jeden Fall da! Es würde uns sehr appreciaten! Und die letzten Worte überlasse ich gerne den Verlierern heute! Wir hoffen, du hast noch 2-3 Stunden! Nutz deine letzten Stunden sinnvoll! Wir sind raus! Ich nehm noch ein Video für euch auf! Danke! Ciao, ciao! A la! Ciao! Ciao, ciao!